Wir sind in keinem Krankenhaus. Oder? Denken Sie mal? Tote? Tote? Antworten Sie verdammt nochmal, ich bin tote. Wie lange? Wir sind mit 200 Kilometern in der Stunde von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ich habe mich nicht im Gerichtsten daran erinnert. Den solchen Wort kann es doch gar nicht geben. Was für die Schöne, die Lüge der Lüge, die Lüge, die Lüge, die Lüge, die Lüge, die Lüge, die Lüge. Untertitelung des ZDF, 2020